Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie auch heute wieder auf Kla.TV begrüßen zu dürfen, um Ihnen von folgenden Informationen berichten zu können. Das Nationale Forschungsprogramm 59 des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung stellt in seinem Schlussbericht über die Risiken der Gentechnologie fest, Zitat, Die Bedenken breiter Bevölkerungskreise gegenüber der grünen Gentechnik stehen im Kontrast zu der Tatsache, dass bis jetzt keine der befürchteten, nachteiligen Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit wissenschaftlich nachgewiesen werden konnten. Hierzu nur eine Gegenstimme von vielen. Der Dokumentarfilm Raising Resistance von B. Borgfeld über den Anbau von genmanipuliertem Soja zeigt dagegen, dass die giftigen Unkrautvernichtungsmittel, sogenannte Herbizide, die auf Gensojafeldern eingesetzt werden, nicht nur das Unkraut, sondern auch zum Teil die Nutzpflanzen benachbarter Felder abtöten. Der Kontakt mit diesen giftigen Chemikalien über Pflanzen, Boden oder Wasser kann bei Menschen schwere Gesundheitsschäden hervorrufen und bis zur Erblindung führen. Viele Kleinbauern in Paraguay leiden so stark an diesen Nebenwirkungen, dass sie sich gezwungen sehen, ihre Existenz aufzugeben und in die Stadt zu ziehen. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob und wie die Propaganda des Forschungsprogramms 59 angesichts dieser Tatsachen zu verantworten ist. Sehr verehrte Zuschauer, täglich erreichen uns solche und ähnliche Informationen, die Dinge ans Licht bringen, welche über kurz oder lang in diesem Fall die Gesundheit ganzer Bevölkerungen beschützen könnten. Deshalb bitten wir Sie, die Informationen und Videos von klar.tv weiter zu verbreiten und sich aktiv am Weltgeschehen zu beteiligen. Schon jetzt möchten wir uns für Ihr hinterfragen und Ihre Unterstützung herzlich bedanken und wünschen noch einen angenehmen Abend.